Hallo und herzlich willkommen am heutigen Dienstag zu einem neuen Trading-Tipp. Unsere Empfehlung für Sie heute ist Energiekontor. Die Greentech-Aktie kam in den vergangenen Wochen im schwachen Gesamtmarkt ebenfalls unter Druck. Noch im August gab es ein neues Rekordhoch knapp über 100 Euro. Dann ist die Aktie bis unter 80 Euro gefallen. Doch jetzt scheint sich ein Boden ausgebildet zu haben. Im Bereich knapp zwischen 75 und 80 Euro hat die Aktie in den vergangenen Monaten bereits öfter gedreht. Und jetzt zu Wochenbeginn gestern hat es anscheinend erneut geklappt. Jetzt ist die Aktie wieder auf dem Weg nach oben. Heute auch ein freundlicher Start bei Energiekontor. Rückenwind gibt es dabei von Seiten der Analysten. Gestern bereits hat Haug und Aufhäuser sein Kursziel von 136 Euro bestätigt. Und heute hat nun Steiffel das Coverage neu aufgenommen und ebenfalls ein Kursziel deutlich über dem aktuellen Niveau ausgegeben. Kursziel hier lautet 126 Euro. Das beide Kursziele zeigen, wie viel Potenzial die Aktie hat aktuell 80 Euro. Jetzt auch an der 200-Tage-Linie die Aktie. Und wir setzen darauf, dass es eben nun wieder nach oben geht. Denn auch grundsätzlich stimmen die Aussichten bei Energiekontor. Als Betreiber und Projektierer von Wind- und Solarparks dürfte die Aktie von dem neuen Green-Tech-Bewusstsein weltweit profitieren und dürfte sich auch von den Debatten um eine Strompreisbremse nicht bremsen lassen. Dreistellige Kurse sind mittelfristig wieder möglich. Erstes Ziel wären für uns 90 Euro. Das sind rund 10 Prozent Potenzial bei der Aktie. Und das Ganze kann man wie gewohnt wieder mit einem Faktor Long spielen, um etwas mehr Potenzial kurzfristig herauszuholen. Unser Partner Morgan Stanley hat hier einen Faktor 3 im Angebot. Aktueller Kurs sind 11,94 Euro. Und hier sehen wir durchaus Kurse im Bereich 15, 16 Euro kurzfristig für möglich. Heute früh hat die Aktie jetzt bereits deutlich zugelegt. Inzwischen steht sie bereits rund 7 Prozent im Plus. Deshalb können Anleger auch noch etwas abwarten und schauen, dass sie mit einem Kauflimit bei etwa 11,50 Euro heute im Handelsverlauf zum Zuge kommen. Ich wünsche Ihnen mit dem Produkt viel Erfolg, heute gute Kurse und dann sehen wir uns morgen hoffentlich wieder zu einer neuen Ausgabe des Trading-Tipps. Bis dahin.